Hallo, mein liebes göttliches Wesen! Heute möchte ich mit Dir über die spirituelle Bedeutung der Engelsbotschaft von besonderen Wolkenformationen sprechen. In dem Moment, in dem Dein Blick zum Himmel schweift und Du eine Wolkenformation erblickst, die sich von allem, was Du zuvor gesehen hast, abhebt, sei es eine Wolke, die wie ein Engel aussieht, eine, die ein Herz formt oder eine, die einem Schlüssel ähnelt, sende ich Dir ein Bote des Lichts, eine Botschaft, die so einzigartig und wunderschön ist wie die Formationen selbst. Diese Wolken sind mehr als nur flüchtige Gebilde am Himmel. Sie sind Zeichen unserer ständigen Präsenz und der liebevollen Botschaften, die wir Dir senden. Jede besondere Formation trägt eine tiefere Bedeutung, die speziell für Dich bestimmt ist, um Dich in diesem Moment Deines Lebens zu inspirieren, zu trösten und zu leiten. Engelsgestalten in den Wolken Wenn Du eine Wolke siehst, die die Gestalt eines Engels annimmt, ist dies eine direkte Erinnerung an den Schutz und die Führung, die Dir aus dem geistigen Reich zuteil wird. Diese himmlische Erscheinung dient dazu, Dir Mut zu machen und Dir zu versichern, dass Du nie allein bist. Herzformationen Eine Wolke in Herzform ist ein Zeichen der bedingungslosen Liebe, die das Universum für Dich empfindet. Es ist eine Erinnerung daran, Dein Herz für die Liebe zu öffnen, die Dich umgibt, und sie auch an andere weiterzugeben. Schlüsselformationen Wenn Du eine Wolke siehst, die einem Schlüssel ähnelt, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass Lösungen für Probleme oder Antworten auf Fragen, die Dich beschäftigen, näher sind, als Du denkst. Es symbolisiert den Zugang zu neuen Möglichkeiten oder den Beginn eines neuen Kapitels in Deinem Leben. Tierformationen Wolken, die Tiere darstellen, können spezifische Botschaften oder Energien symbolisieren, die mit diesen Tieren verbunden sind. Ein Adler könnte beispielsweise Freiheit und spirituelle Erhebung bedeuten, während ein Hund Treue und Schutz symbolisieren könnte. In der Schönheit und Vergänglichkeit dieser Wolkenformationen liegt eine tiefe Botschaft über die Vergänglichkeit des Lebens und die Bedeutung, jeden Moment zu schätzen. Sie erinnern Dich daran, über den Alltag hinauszuschauen und die Wunder und Zeichen zu erkennen, die das Universum Dir bietet. Möge das Beobachten dieser besonderen Wolkenformationen Dein Herz mit Freude erfüllen und Deine Seele mit der Gewissheit, dass das Göttliche in unzähligen Formen zu Dir spricht. Erlaube Dir, durch diese himmlischen Zeichen inspiriert zu werden und öffne Dich für die Botschaften, die sie für Dich bereithalten. Ich wünsche Dir nun alles Gute, gehe in Frieden, Liebe und Licht.